Ja Leute, war's geht's. Und... Ja genau, guck mal, ähm... Der Line Theory ist auch dabei. Hi! Wir sind heute in der Nähe vom Kölner Flughafen in einem Wald spazieren. Und... Und ich... Ich finde, dass ich schlimm hast... Boah, Leute! Es sind gerade zwei Flugzeuge hier vorbeigekommen. Ich bin nicht alleine hier, denn meine Eltern sind auch noch hier. Aber, naja... Wir können ja noch kein Auto fahren, also... Ja, heute unternehmen wir mal ein bisschen mehr an diesem Vlog. Ähm... Ja. Kann ich was sagen? Ja. Ähm... Erstmal... Ihr fragt euch... Ich hab keine... Ich hab kein... Ich hab nicht mein Handy in der Hand. Das... Das liegt daran, dass er 3% hat. Ja. Ey, lass mal schnell hoch... Äh... Ey, wir rennen mal kurz... Wir rennen mal kurz ein bisschen weiter. Wir rennen mal kurz ein bisschen weiter und dann sehen wir uns noch einen kurzen Tag wieder. Ja. Ciao. Leute! Hier bin ich wieder! Guckt euch das an! Wie geil! Wie gesagt, wir sind in der Nähe vom... Köln... Von der Flughafen. Ja. Flughafen... Jetzt stehen wir gerade da. Da er. Leute. Oh mein Gott! Oha! Extrem krass sieht das Teil aus! Ja. Das ist auch unnormal groß! Das hat ein Flugzeug an sich! Oha! Oha! Extrem krass sieht das Teil aus! Das ist auch unnormal groß! Echt krass ist das! Ähm... Ja... Leute! Ich habe gerade ein Foto gemacht! Also... Ja, meine Mutter hat ehrlich gesagt... Das sieht extrem krass aus, dieses Teil! Star Air! Star Air! Leute, wir stehen hier ja gerade immer noch da! Warte, Markus, ich muss kurz was fragen und... ja... So! Wir gehen jetzt an... Irgendwo lang, aber dann könnt ihr auch sehen, wie die landen! Übrigens... Könnt ihr sehen, wie die landen? was ist das essen für die vögel ich will jetzt auch gern aufnehmen wir gucken jetzt für die landen war meine mutter und hier kommt der präsident guckt euch die schnauze davon an heftig mein vater hat mir übrigens noch gerade gesagt dass ich vor sechs jahren guck mal da ist die startbahn nein das ist die landebahn dass ich vor sechs jahren schon mal hier gewesen bin und mein vater hat mir übrigens noch gesagt dass da die landebahn ist wir können jetzt von hier sehen wie die flugzeuge landen also ich würde sagen wenn ein flugzeug landet dann mache ich weiter tschau leute das übrigens so ein privatjet dahinten das steigen bestimmt gleich die eigentliche gerade mit dem auto gekommen sind das wollte ich einfach noch angekündigt haben und ja ja wie lang wird euer blog noch gehen so keine ahnung nicht mehr lang ja egal egal so leute guckt mal hier ist einfach so ein gang krasse hier gibt es auch noch mal rein oha leute da kommt einer leute 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 da kommt noch einer leute einfach noch einer und dann den zeige ich noch mal wenn ich den auch hier heute leute 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 leuten leute